Die Damen und Herren, recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir ja hier irgendwo gelandet. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Ja, seht ihr ja dann hier so, von der Frisur und von dem Bad und so den ganzen Kram. Und ja, ich weiß gar nicht ganz genau, wo wir jetzt gelandet sind. Und ich weiß, hier gibt es irgendwie Viecher, anscheinend. Und wir haben hier ein bisschen Spores. Oder wir werden jetzt ein bisschen Spores haben. Ja, lasst uns einfach mal gucken, wo das werden hier hin. Warte mal, wie war denn das? Ja, Steuerung ist natürlich tricky, weil wir haben jetzt seit der letzten Aufnahmesession sind ein paar Stunden vergangen. Ja, Stunden sind gut. Ein paar Tage sind vergangen. Und ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Und ich habe auch keinen Plan, wo wir hin müssen. Kannst du mal hier durchgehen? Danke. Ah ja. Wir haben hier ein paar Clicker. Dürft uns ja gar nicht hören. Was ist mit dir verkehrt? Aha. Wir könnten jetzt uns mal... Was haben wir denn überhaupt alles im Inventory? Wir haben ein paar Rauchbomben. Wir haben ein paar Mollys. That's nice. Wir können uns ja mal den Spaß erlauben. Und mal hier ein Böhmchen hinlegen. Clicker! Das war jetzt nicht so clever. Das ist aber hier safe. Als ob du jetzt hier rüberkommst. Nö. Okay, ich bin klar. Haben wir hier noch einen? Der dumme Fragen stellt? Nein, danke. Sehr gut. Wir machen mal wieder den Schleichmodus. Den haben wir hier weggebrätselt. Da ist noch einer. Auf Wiedersehen. Ja. Haben wir gekonnt, gelöscht. Da ist noch einer. Also einen Schuss habe ich noch. Freunde. Einen Schuss könnte ich euch noch gönnen. Ansonsten haben wir ein Problem. Das machen wir. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Da sind sogar noch zwei. Falt zurück. Falt zurück. Na gut. Laufen wir einfach mal hier durch. Mann. Du sollst mich in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Schliets. 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 Auf die Fresse. Auf die Fresse, habe ich gesagt. Nein. 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 Schade. Hätte ja klappen können. Wie viele Stalken können denn hier sein? Also mal jetzt ernsthaft. Da ist noch ein Stalker. Snippledy Snap. Auf die Fresse Nummer eins. Okay. Zeit zu gehen. Ja, als ob das jetzt alle waren. Ich glaube es aber selber nicht. Dadurch waren da irgendwie gefühlt 500 Leute. Und jetzt auf einmal. Oh, ist okay. Es ist Zeit zu gehen. Das war's? Nee, das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Na gut. Dann mal los. Dann mal los. Oh, shit. Weg, Papier. Okay. Kann er schwimmen? Nein. Kann ich schwimmen? Ja, nein, vielleicht. Oh, jawoll. Schwimm mit dem Messer. Na, jawoll. Okay. Halt dich doch fest. Okay, die Strömung ist ein bisschen heftig. Kann ich hier irgendwie rückteilen technisch einfach drücken? Kann ich hier überhaupt steuern? Alter. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Also unser Ziel ist ja immer noch das Krankenhaus. So viel weiß ich, ne? Und, äh, wir sind jetzt in der Kanalisation. Kanalisatione. Kanalisatione. Wir kommen hier wahrscheinlich nicht durch. Nope. Das heißt, wir müssen hier irgendwo wieder ein Way to go finden, um da reinzukommen. So, irgendwie geht's da hoch, hier lang, da lang. Wobei, da geht's auch hoch. Ja, da muss ich hin. Das ist schön. Schön, 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 schön. Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf verlorene Posten. Warte mal, kann ich eventuell, warte mal, das probieren wir mal aus. Kann ich eventuell von hier, hier hoch, mich hier hoch, ah, dann hier hin, da hoch, nice. Ich mach dich mal auf den Bauch. Mach's dich schön, mach's dich schön. Das ist genau the way to go. So, dann gehen wir hier runter. Ja, 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 ja. Erkunden hier nochmal kurz. Dann kommen wir mal aus der Hocke raus. Und lass mich raten, wenn wir jetzt hier hochgehen, heißt es, wir sind... Verdammt, ich muss hier raus. ...am Krankenhaus. Oder? Weitere wirklich, dass wir hier hochkommen? Okay, wir kommen hier hoch. Nice. Ich frage mich zwar gerade, wo wir sind. Genau. Das ist... Das ist die Frage. Das ist... Äh, die Frage. Der Frage. Ha. Da geht's raus. Da wollen wir aber noch nicht hin. Ach nee, da geht's ja auch raus. Warte mal. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Ihr wisst hier noch was? Nein. Paar Geldautomaten? Klar. Lass mal Geld abheben gehen. Gibt's hier noch was? Da ist leider Pro. Okay. 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 Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Sieht aus wie eine U-Bahn-Station. Ah. Was sind wir denn hier? Achso. Okay. Die Rolltreppe. So, wo sind wir? Du bist hier. You're here. Und das Krankenhaus ist hier. Also müssen wir jetzt quasi... Abkürzung durch den Park. Ist immer die schlechteste Idee. Also, Abkürzung durch den Park. Worst Idee ever. Aber ey, Ellie, du... Du hast die Corona. Du sagst, wo es lang geht. Also gehen wir durch den Park. Ich könnte darauf wetten, dass wir hier in the Park... ...auf WLFs treffen oder so. Also ist ja... Da hinten ist Licht. Hier ist ein LKW. Eieieieieieieieieiei. Und das verspricht doch schon wieder... ...ein bisschen crazy zu werden. Kann ich hier hoch? Nein. Kann ich hier hoch? Nein. Gut. Dann sind wir wahrscheinlich hier hoch. Also das da drüben... ...sieht nicht... ...sieht nicht nice aus. Sag ich so, wie es ist. Das sieht aus als... ...Überraschung, Überraschung. Wir kriegen hier eine Überraschung. Gut. Dann lass uns mal... What? Alter, der hat richtig böse gesessen, muss ich sagen. Wenn ein Pfeil in dir steckt, erleidest du nach und nach Schaden. Wer zur Hölle? Alter, das sind drei Leute? Alter. Wo ist der andere? Wo bist du? Alter, habt ihr sie noch alle? Warum hängt ihr denn hier schon wieder... ...äh, so random, dass ihr wieder irgendwelche scheiße Leute hier aufhängt? Okay, also ihr seht mich. Umsonst pfeifst du nicht. Wo bist du? Sehe ich dich? Hallo? Bist du da oben? Mein Freund. Ah, da ist einer. Danke, dass du dich bewegt hast. Ja? Na? Da ist noch einer. Sneaky... Sneaky Bastard. Für dich? Für dich, mein Freund. Für dich? Holy for you. Hab ich... ...ne kleine Überraschung. Burn, Baby, burn. Ah, ja. Aber, du bist nicht alleine. Ich weiß, dass da noch jemand ist. Bö, ist die verkehrt? Kann ich dich jetzt verhören? Was ist mit dir los? Du hast keine Chance. Erzähl ruhig weiter. Du fährst zur Hölle. Was auch kommt. Sag mal. Wieso Wolf? Ich bin kein Wolf. Können wir darüber reden? Das ist zu spät für dich. Ich bin kein Wolf, Mann, Alter. Wie oft noch? Was ist das? Scheiße. Das müssen die Scars sein. Okay. Scars. Krankenhaus. Ihr habt Nora aufgehängt. Ja, stimmt. Wir sind ja auf dem Weg zu... Nora? Also, wir sind ja auf dem Weg ins Krankenhaus, um halt im Krankenhaus eine Person zu finden. Richtig? Und diese wollen wir eigentlich verhören. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und, äh, ja. Irgendwie... Warum denken die, dass wir Wolf sind? Also, das verstehe ich immer nicht so. Wir sind keine Wolf. Wir sind auch keine Scars. Wir sind eigentlich komplett... Wir sind die Schweiz. Wir sind neutral. Gut, jetzt nicht ganz so neutral. Weil, äh... Wir machen ja auch ein bisschen Blödsinn. Aber dennoch müsst ihr doch... Also, wir können doch über alles reden. Freunde. Ihr müsst doch jetzt hier nicht ein auf, äh... Kamikaze machen. Und euch unnötig mehr in den Weg stellen. Ich bin... Oder ich habe das Gefühl, dass... Dadurch, dass das Ding hier so riesig ist, dass wir hier nicht alleine seid. Oder alleine bleiben. Das ist jetzt so... Meine Vermutung. Schauen wir doch mal, was Ellie ins Tagebuch geschrieben hat. Lesen. Lake Hill State Krankenhaus. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild. Scars. Scheiß auf die. Konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Also, die Scars haben anscheinend als Erkennungsmerkmal, äh, hier so eine Axt. die wir uns natürlich grabbeln. Und warum ist er... Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Warum ist er tot? So, was haben wir hier? Checkpoint-Tor. Achtung, Krankenhaus-Zufahrt. Quarantäne-Berage. Gut. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen akkurat. Hier kommen wir rein. Da will ich aber noch nicht hin. Wir gucken jetzt mal noch ein bisschen weiter hinten. Vielleicht haben wir hier noch zwei, drei Gegner. Okay. Das ist die Straße zum Krankenhaus. Achso. Gibt's jetzt zwei Wege, die wir jetzt nehmen könnten? Einmal die Straße und einmal, äh, den, den, den Quarantäne-Berage. Oder wie, oder was, oder wo? Da komm ich hier, komm ich hier durch? Nein, komm ich nicht. Gut. Das heißt, hier kommen wir nicht durch. Ob das ein Zeichen ist? Von, 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 von WLFs oder von den Wools? I don't know. Äh, wollen wir ins Gebäude? Wollen wir das? Das Gebäude machen wir in der nächsten Folge. So, war ein bisschen aufregend. Ich hab ein paar Sachen gefailed. Gerade am Anfang. Äh, ich hoffe dennoch, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Comment da und, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, äh, abonniert unseren Channel. Kurzer Hinweis noch, wir spielen aktuell Resident Evil 8. Äh, schaut da gerne mal rein, ähm, falls euch das Game so ein bisschen interessiert. Und ansonsten sage ich bis dahin erstmal, reingehauen. Und ansonsten sage ich bis dahin. 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 Vielen Dank.